Es gibt Leute, die stellen sich vor andere hin, fangen an zu sprechen und strahlen eine Selbstsicherheit aus, dass man glatt neidisch werden kann. Wenn du dich vor andere hinstellst, ist das ein bisschen anders. Wir klären, was du von den Sichersprechern lernen kannst und wie auch du souveräner bei anderen mit deiner Stimme punkten kannst. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Ich habe dir drei Tipps mitgebracht. Fangen wir mal mit dem Standing an. Für deine Stimme und deine Präsenz macht es einen großen Unterschied, ob du so ein bisschen auf einem Bein weggeknickt stehst, dich oben klein machst, vielleicht den Kopf noch ein bisschen schief legst und den Oberkörper schließt. Dadurch schließt sich auch dein Brustkorb und der Brustkorb ist an sich der Bereich, der deiner Stimme einen Support gibt, wodurch die dann nämlich lauter werden kann. Also, richte dich auf, nimm die Schultern sanft nach hinten unten, stehe mit lockeren Knien und auf beiden Beinen und beobachte mal, deine Wirkung und dein Stimmklang wird schon ganz anders sein. Es ist uns ja leider auch hinreichend bekannt, dass tiefere Stimmen kompetenter und souveräner wahrgenommen werden. Die wirken so. Ob die Menschen wirklich so sind, ist eine andere Sache, aber eine tiefere Stimme, die wirkt kompetenter. Und, kleiner Tipp aus dem Stimmtraining, wenn du deine Stimme gehen lässt, in den Körper rein, dann ist es auch so, dass du länger ohne Heiserkeit und ohne Anstrengung sprechen kannst. Also, win-win. Heb deine Stimme nicht an, sondern versuch mal, deine Stimme gehen zu lassen. Es gibt verschiedene Übungen, die du in meinem nächsten Kurs lernst. Dafür, das startet im April. Mehr Infos unter diesem Video, aber jetzt lass uns noch zu Tipp Nummer 3 kommen. Menschen, die Selbstvertrauen haben, sprechen deutlich. Du merkst es daran, dass der Kiefer tendenziell immer wieder zwei Finger breit auf ist. Zwei Finger breit, dass sich die Lippen bewegen, das Gesicht mitspricht, die mimische Muskulatur und auch die Zunge ganz beweglich ist. Wer angespannt ist, kriegt als allererstes mal so ein Gesicht, ja. Das schläft alles so ein bisschen ein. Vielleicht kriegen wir noch so eine Andeutung von Lächeln hin. Das ist aber kein echtes Lächeln. Und du siehst, wenn ich hier vorne wenig bewege und meinen Mund nicht aufmache, dann ist meine Wirkung auch schon ganz anders und meine Stimme ist einfach leiser. Also, gewöhn dich dran, bewusst deutlich zu sprechen. Wenn das schwierig ist, dann stell dich vor den Spiegel, üb das oder mach mit einer Freundin aus zum nächsten Abendessen. Du, ich mag heute mal übertrieben deutlich mit dir reden, damit ich das lerne und dann unter meinem Stress auch abrufen kann. Du kannst trainieren, wo immer du bist. Du brauchst nicht extra Zeiten. Im Übrigen funktionieren genau meine Kurse auch so, dass wir Bausteine erarbeiten, die du sofort in deinen Alltag integrierst und da merkst, hey, es verändert sich sofort. Also, fassen wir mal zusammen. Standing, Stimmlage und deutliche Artikulation und das wirkt souverän, auch wenn du es nicht bist. Das ist das Gute dran. Für mehr Tipps abonnier meinen Kanal, folge mir, gib dem Video ein Like, teils mit anderen. Ich bin Antje von Stimme Nürnberg und schön, dass du bis zum Schluss geschaut hast. Bis zum nächsten Mal.